Start der Transalf vom Luftwaffenstandort Penzing bei Landsberg in Oberbayern. Vor der Besatzung liegen 1500 Kilometer Flugstrecke. Ihr Ziel? Pristina, die Hauptstadt des Kosovo. An Bord sind Soldaten und Wertsachen für das deutsche Kontingent des KFOR-Einsatzes. Im Cockpit befinden sich auf dem linken Sitz der Kommandant, rechts der Co-Pilot, in der Mitte der Bordtechniker und im hinteren Bereich der taktische Systemoffizier, kurz TSO. Eine ungewöhnlich große Cockpit-Crew für die heutige Zeit, in der sich zwei Mann Cockpits durchgesetzt haben, aber die militärischen Aufgaben und das 50 Jahre alte Flugzeugkonzept erfordern vier Mann. Wir sind gerade auch im Lufttransport voll die Teamplayer. Wir sind aufeinander angewiesen und es ist egal, ob jetzt Kommandant, Co, TSO, ob ein Bordtechniker oder ein Ladungsmeister, jeder macht seinen Job und wir halten sehr eng zusammen. Und das ist genau das, wo auch Dienstgrad keine Rolle spielt, sondern es ist einfach, dass menschlich miteinander auskommt und seinen Job so professionell wie möglich zu machen. Und letztendlich sind wir nur Serviceleister. Wir leisten den Service für das Heer, für die Marine, für die Luftwaffe, Material oder Personal von A nach B zu transportieren. Der Flug von A Deutschland nach B, das Kosovo, führt über die Alpen. Die Piloten können mit der Transall nicht so schnell und hochfliegen wie mit einem Jet. In 6.000 Metern Höhe und mit maximal gut 500 kmh wird es eher gemächlich vorangehen. Die alte Maschine ist bei den Besatzungen trotz der eingeschränkten Leistung beliebt. Also für mich ist es sehr angenehm in der großen Crew, weil wir die Aufgaben, die anfallen, sehr gut verteilen können. Zwischen den Leuten, wenn vorne die beiden Piloten sehr beschäftigt sind mit dem Fliegen, sie konzentrieren müssen, kann ich hinten über meine Anlage viel an Funkverkehr übernehmen, ich kann Wetter anfordern, ich kann aber auch in der Navigation unterstützen. Also es ist sehr angenehm, mit mehreren Leuten in Cockpit zu sitzen. Durch die niedrige Flughöhe befindet sich die Propellermaschine auch im Reiseflug häufig in Wolken. Dann droht Vereisung. Das ist jedoch eine beherrschbare Gefahr. Die Piloten erwarten heute keine Schwierigkeiten und gehen davon aus, dem Ruf der Transall als zuverlässigem Lastesel gerecht werden zu können. Gerade wenn die Leute aus dem Einsatz rausfliegen, aus Kunduz raus, aus Kabul raus, von Massa zurück nach Thermis, wo sie dann in den Airbus einsteigen, oder jetzt hier auch von Bistina zurück oder früher von Sarajevo, merkt man doch, dass die Kameraden daran hängen und auch wirklich sich freuen, wenn die Maschine pünktlich kommt, pünktlich rausgeht und sie pünktlich zu ihren Familien kommen, so besser zu Hause zu ihren Freunden. 5000 Kilometer östlich, Afghanistan. Hier werden die Transall der deutschen Luftwaffe für Verbindungsflüge innerhalb der Region eingesetzt. Das Einsatzgebiet der Bundeswehr liegt im Norden des Landes, wo die Städte Mazar-e-Scharif und Kunduz liegen. Flüge zum von dort südlich gelegenen Kabul führen über den Hindukusch. Der Hindukusch ist bis zu 7700 Meter hoch und bringt die Transall an ihre Leistungsgrenzen. Um genügend Sicherheitsreserven zu haben, können die Flugzeuge bei 40 Tonnen Abfluggewicht manchmal nur 4 Tonnen Nutzlast transportieren. Für die Luftwaffe ist die Transall trotz der Einschränkungen unverzichtbar und die Besatzungen wissen die Möglichkeiten der Maschine zu nutzen. In Kabul gibt es viel militärischen Flugbetrieb, aber auch die zivile Luftfahrt ist nach Afghanistan zurückgekehrt. Auf Jahre hinaus werden allerdings die Militärmaschinen das Geschehen noch dominieren, vor allem was Truppentransporte betrifft. Die Verantwortung für die Besatzung ist dann noch größer, als wenn sie nur Ausrüstung dabei haben. Bis zu 93 Personen kann die Transall befördern. Man muss sich auf alle verlassen können und das ist keine One-Man-Show. Wir spielen alle zusammen und ich bin zufrieden mit der Crew. Ich kann mich darauf verlassen und ich hoffe, dass sie das selber auch von mir sagen können. Die Einsätze der Transall in Afghanistan begannen zehn Jahre zuvor. Aufgrund der Sicherheitslage wurde der Luftwaffenstützpunkt nicht in Afghanistan, sondern im benachbarten Usbekistan eingerichtet. Von Termes sind es 500 Kilometer nach Kabul. Eine relativ kurze Strecke, doch der Hindukusch und die militärische Lage machten die Flügel zu großen Herausforderungen. Besatzungen und Insassen wussten, am Zielort werden sie nicht von allen freundlich empfangen. Im Gegenteil, mussten sie damit rechnen, beschossen zu werden. Der Flughafen von Kabul musste von Sicherheitstrupp streng bewacht werden. Scharfschützen waren mit gepanzerten Fahrzeugen rund um das Gelände im Einsatz. Es war damit zu rechnen, dass Taliban-Kämpfer bis zum Flughafen vordringen wollen. Die Trupps hatten die Aufgabe, Flugzeuge und Flughafen abzusichern. 2003 fand die gesamte Versorgung der ISF-Truppen über den Luftweg statt. 30 Nationen waren daran beteiligt. Die Sicherheit des Flughafens war bedroht. Der Weg in die Berge führt durch die Innenstadt von Kabul. Die Jahrzehnte von Krieg und Zerstörung hatten deutliche Spuren hinterlassen. Zerschossene Fassaden, eingestürzte Betondecken. Klar war, der Weg zur Normalität wird noch sehr weit sein. Für die Patrouillefahrten waren Dingoes im Einsatz. Die bewaffneten, gepanzerten Fahrzeuge erwiesen sich in den darauffolgenden Jahren als sehr robust und dienten nicht nur zum Schutz des Flughafens. Die Truppe wollte jeden Tag Flagge zeigen, wie man im Fachjargon sagt. Dabei wussten die Soldaten nie genau, was sie erwartet. Wenn sich die Scharfschützen aufbauten und ihnen näherte sich jemand, konnte es ein einfacher Hirtenjunge sein oder ein Attentäter. Beliebtes Ziel von Attentätern waren und sind heute noch die Tanklaster, die den Treibstoff für die Flugzeuge bringen. Der wird aus dem benachbarten Pakistan importiert. Ohne Kontrolle dürfen die bunten Laster nicht auf das Gelände. Wir suchen hier nach versteckten Ladungen. Wir hatten hier Warnungen, dass also Minen an Fahrzeugen, also Tankfahrzeugen, angebracht worden sind. Und versuchen wir jetzt also die Fahrzeuge danach hin zu überprüfen. Soweit wir können, machen sie erst visuell. Und dann kommen wir mit den Sprengstoffspürhunden und überprüfen dann nochmal, weil die also auch besser versteckte Ladungen sehen können. Man muss sich also am Fahrzeug schon einigermaßen auskennen. Was also zum Fahrzeug gehört, dass so ein Behälter so ein Druckluftkessel ist, das muss man einfach wissen. Ein gefährlicher Job. Würde eine Mine am Fahrzeug explodieren, wären die Folgen tödlich. Die deutschen Soldaten hatten zum Glück tierische Unterstützung. Sprengstoff, egal jeder Art, besteht aus chemischen Stoffen und diese Substanzen kann der Hund riechen. Die Vierbeiner sind bei solchen Aufgaben unschlagbar. Von Anfang an wurde ein großer Aufwand betrieben, dass anfliegende Maschinen wie die Transall gar nicht erst unter Beschuss gerieten. Trotzdem minimieren die Piloten durch das Anflugverfahren zusätzlich die Risiken. Sie landeten mit dem Sarajevo Approach, der sich bereits im ehemaligen Jugoslawien bewährte. Wir werden so lange es geht hoch bleiben, um von Handfeuerwaffen entfernt zu bleiben. Und auch so lange wie möglich Energie in der Maschine haben, um auch manövrieren zu können, sollte mal eine Rakete angeflogen bekommen. Die Soldaten behielten den Flughafen und seine Umgebung aus erhöhter Position im Blickfeld. Es kam zu kritischen Situationen wie dieser. Ein Fahrzeug, das niemandem zugeordnet werden kann, erweckt das Misstrauen. Per Funk fragen die Soldaten zurück, was sie tun sollen. Niemand will einen Fehler machen. Wir haben Richtung Westkopf ein Geländefahrzeug beobachtet und es sieht nicht so aus, als ob da Personal ist. Weiter beobachten, Auffälligkeiten, wir melden kommen. Die Einschätzung der Lage war und ist oft eine Gratwanderung. Eine Stunde braucht die Transall, um den Hindukusch zu überfliegen. Die Berge vor Kabul sind hoch. Sehr hoch, 17.000 bis 18.000 Fuß. Wir haben eine Flughähe von 20.000 bis 21.000. Das heißt, man muss diese Höhe lange halten und dann plötzlich liegt Kabul vor einem. Das heißt, es ist ein Sturzflug angesagt, aber da ist die Transall in ihrem Element. Also im Steigen sind wir schlecht, aber im Sinkflug mit Luftbremsen. Dann der Sarajevo Approach. Die Triebwerksleistung wird gedrosselt, die Luftbremsen ausgefahren, die Nase der Transall zeigt steil auf afghanischem Boden, wenn es mit 12 Grad Anflugwinkel nach unten geht. Hartes Aufsetzen bei hoher Geschwindigkeit, das ist bei diesem Anflug normal. Wieder einmal gut gegangen. All die Vorsichtsmaßnahmen und das Training zahlten sich aus. Das Training für gefährliche Einsätze wie in Afghanistan findet auch am Luftwaffenstandort Penzing statt. Briefing zu einem Übungsflug. Auf dem Programm stehen zwei Lastenabwürfe und die Navigation in geringer Höhe nach Sichtflugregeln zu einem kleinen Flugplatz. Dort soll ein Steilanflug wie in Afghanistan trainiert werden. Bei der heutigen Wetterlage erwarten wir viel Sperrholz in der Luft, also sprich viele Segelflieger oder Gleitschirmflieger. Und da müssen wir unsere Augen definitiv draußen lassen. Ansonsten vom Einsatzspektrum her, also wir versuchen diesen Drop, dieses Absetzen von Lasten so zu simulieren, dass wir wirklich auch ein Pulsei werfen, dass die Fracht genau dahin kommt, wo sie auch hin soll. Auch die Landung auf unserem Behelfflugplatz wird eine Herausforderung werden. Das ist eine Bahn mit 3000 Fuß Länge, also knappe 1000 Meter, was halt für ein Flugzeug dieser Größe eigentlich schon ziemlich beeindruckend ist, für jemand, der es nicht kennt. Und wir freuen uns immer drauf, auf diesen kleinen Sportflugplätzen auch agieren zu dürfen. Kommandant Balou, dazu Andi und der taktische Systemoffizier, die auch auf dem Flug nach Pristina dabei sind, besteigen als erstes die Maschine. Die Vollnahmen der meisten Soldaten dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Bordtechniker und Ladungsmeister werden später folgen. Die Mitnahme von weiteren Soldaten ist für den heutigen Trainingsflug nicht vorgesehen. Der heutige Flug stellt an die Piloten andere Anforderungen als die Streckenflüge. Das Flugzeug ist durch die fehlende Beladung und weniger Sprit an Bord auch viel leichter. Bereits nach gut 600 Metern wird die Transall abheben. Kurz nach dem Start geht es auf Südkorn. Kurs zum Abwurfpunkt, der ersten Spezialaufgabe des Fluges. Es kommt ein Counter, der wird runtergezogen, die Strecke wird berechnet, dann kommt eine Ansage bei x-minus 2 Minuten, x-minus 10 Sekunden. Dann wird der Counter durchgesagt und Autos gemacht und go. Auch eine Ansage, es wird von vorne ausgelöst. Das heißt, der Schirm fällt hinten raus, ich habe hier meine optische Anzeige, kommt eine grüne Lampe, fällt da hinten raus. Würde die Lastleitung wirklich leben, hat den Fallschirm raus, aus der Maschine rausziehen und dann zum Boden berechtigt den Fallschirm. Alles klar? Einfach anschauen. Einige Kilometer vor dem Abwurfpunkt wird die Heckklappe geöffnet. Dann heißt es, das Ziel möglichst genau zu treffen. x-minus 10 Sekunden, x-minus 10, verstanden. Nicht tropfen. 5, 4, 3, 2, 1, go. Schöpelt. Last rollt. Last über den Last. Erreicht, stopp. Welche mit Abholzüberbringung sind nicht verstanden. Die Last wiegt nur 12 Kilo und soll bei vorher festgelegten Koordinaten landen. Beide Abwürfe heute treffen innerhalb von 10 Metern. Nun kommt die nächste Aufgabe des Tages. In geringer Flughöhe, teilweise bis zu 300 Metern, geht es an den Alpen entlang und dann zum Verkehrslandeplatz Straubing. Die Piloten navigieren nach Sicht und nicht nach Instrumenten. Aufmerksam suchen sie ständig nach anderen Fliegern. Dann die Landung. Zunächst in normalem Anflugwinkel. Leichter Gegenwind, beste Sicht. So dürfte auch die kurze Bahn kein Problem werden. Die Piloten steigen nach dem Aufsetzen in die Eisen. Mit Umkehrschub und voll ausgefahrenen Klappen ist die Maschine bereits nach 600 Metern so langsam, dass sie von der Piste abrollen kann. Handwerkliches Fliegen, wie es die großen Airliner längst nicht mehr kennen. Es sind zwei Welten grundsätzlich. Wenn man so sieht, wie die Airliner fliegen, die kennen diese Fliegerei, wie wir sie gerade erlebt haben, gar nicht. Diese Handarbeitfliegerei, Fliegen nach Sicht, Fliegen, Navigieren nach Karte, kennt man eigentlich auch bei den moderneren Flugzeugen nicht mehr so. Wir sind wirklich am Mitfransen mit der Karte. Wir plotten, wir zeichnen mit. Wir schauen, ist dieser Bach da, wo er hingehört? Sind wir auf unserer Flugroute? Und das kennt man einfach so vom zivilen Fliegen her, vom Airline-Fliegen gar nicht. Dann kommen zufällig anwesende Zuschauer voll auf ihre Kosten. Die Trans-Alt dreht eine Platzrunde und startet mit wenig Gewicht und voller Triebwerksleistung. Bei der Landung trainieren die Piloten den Steilanflug. Nach kurzem Abfangbogen setzen Bug und Hauptfahrwerk fast gleichzeitig auf. Wieder eine Vollbremsung und nach 500 Metern kommen gut 30 Tonnen zum Stehen. Was hier vor allem Spaß macht, kann in Afghanistan überlebenswichtig sein. Unser Bedrohungsszenario in Afghanistan ist der allgemeine Mensch, der da unten, der Taliban, der die Kalaschnikov hat und der auf uns schießt. Der sieht uns und schießt auf uns. Diese ganzen anderen Waffen, die man so aus einem normalen Kriegsszenario kennt, sind da unten eigentlich kein Faktor mehr für uns. Und dieser Sichtanflug, dieser steile Sichtanflug hält uns so lange wie möglich aus dieser Bedrohung raus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017